Wunderwunder schön! Ja, guck mal! Guten Morgen, Herr Dr. Habermill. Sie haben jetzt den Plan? Ich habe den Plan. Vivaco della Pace. Okay. 27,16. Den vor der Hütte. Da oben sind wir. Da oben sind wir. Und dann wollen wir da rechts rüber. Ja, erst gehen wir mal so ein bisschen nach Osten und dann gehen wir stramm nach Süden. Straxfeld nach Süden? Ja. Okay. Und zwar die Eita Via Dolomiti. Wo hast du diesen Fokus? Ja, der ist da unten, da, wo der Finger ist, Vivaco della Pace. Der dicke Finger? Ja. Wunderwunder schön. Ja, der ist da unten. Wie hast du gesagt? Sehr, sehr schön. Ja, das ist da unten. Ja, nein, super. Super. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020